Ich nehme den rechten. Ja passt. 3, 2, 1... Nein, ich habe gegen die Lateren geschossen. Ich breche die Mission jetzt ab. Unsere Anwesenheit wurde bemerkt. Nur die von einer Wache entdeckt. Ah, wir sind so super hier. Ah, leichterweise. Alles klar. Welche Namen? Ähm, leicht. 3, 2, 1... Ich habe keine Erfahrung. Wie ich jetzt arbeite, ich arbeite. Das ist gut. Vielleicht ist es sicher. Wer ist da? Nein! Ich mache voll auf Euphorie zu dir! Ich werde nicht hochdrucken. Nicht eh. Das ist gut! Da macht der verläuter euphorie die Täter! Na. Jetzt hat er die! Gell, komm! Was führst du auf? Fill mein Taxi los. Ey, das ist sofort der Taxi los! Was? Schick sofort der Taxi los! Ein erläuft zu cruel oder wie? Ja, genau. Genau. Schaffst du den hinten? Hoppala. Kommt möglich sein, ja. Probieren wir es? Ja. Eins. Schade. Ah, der ist zu weit weg. Mhm. Da müssen wir uns erst einmal... Wir sollten uns einmal leveln. Wollste immer? Ja, leveln. Wär mal gut, wenn wir das erste Level schaffen. Ja, Kohle haben eh schon genug. Super! Haben wir schon 40.000 gemacht. Ja, bravo. Alpha. Ja. Ich glaube, der Schütze ist da drüben. Ja. Es gibt ja nicht. Wir haben ihn gesehen. Wir müssen leider beenden. Boah, Alter. Ja. Super drauf sind wir. Ja. 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 Und du darfst noch nicht in deinem Schatten stehen bleiben dann. Schatten. Mhm. Schattenrock. Ah. Halt auf die Tür da. Oder? Ja. Ich meine, der kommt schon, gell. Bautreuf die anderen. Ja, das macht er selber. Ziel ist neutralisiert. Wie ist er denn? Na? Du willst Licht ausmachen? Jetzt hat er sich wieder gesehen, das ist anders. Ziel ausgeschaltet. Sauber. In dem Vorführraum, Grim. Ja woi 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 Grim. Aufpassen, Gebt. Die aufgemacht draussen. Alles gut. Eins erledigt. Noch zwei. Was? Hä? Hoppala. Hä? Wie hab ich das jetzt gemacht? Taxi! Ich hab jetzt mit einer Kamera unter der Tür durchgeschaut. Da hast du wahrscheinlich Tab druckt. Na? Weil beim Tab kannst du verschiedene Sachen auswählen. Nachtsichtgeräte und so. Na na. Das weiß ich schon aber. Jetzt? Äh. Ja. Nimm mich rechts. Ja. 3, 2, 1. Ah. Der ist der Licht. Warte. Wie haben wir das gemacht? Wie lange steht die Tür schon auf? Hä? Die kann nicht mehr ziehen und schießen. Warum nicht? Hä? Was das im Spiel auszertappt? Also na. Warte mal. Was? So. Was? Rechts oben. Was? Ziel ausgeschottet. Wie hast du das wieder gemacht? Klub, klub. Wie kannst du das denn schreiben? Mit Tee. Grim. Ich hecke jetzt ihren Router. Maja. Uina. 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 Ziel erfüllt. Oh. Oh. Druck einmal F. Oh. Geh weg. Was? Bleib weg. Was hast du mit 8? Ach so. Mit G kannst du und Haft Geräusche mit da schmeißen. Hauptsache der Hund kommt da, oder? Wachen sind Misträuschen. Super. Jetzt haben wir wieder stark hingekriegt. Du Koffer, doch. Na. Und, da haben wir uns wieder. Ah, der ist ja noch da. Da war einer. Ah. Hauptsache, ich weiß nicht, was der Hafttransmitter tut da. Die werfen sich auch mit Gadgets. Nichts mehr Hefte der Samtex an. So, glaubst du schaffen wir das einmal heute, hm? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht, ich bin mir nicht so sicher eigentlich. Ich breche die Mission jetzt ab. Der ist erledigt. Ablenkungs. Stattartige. Jetzt bin ich versehentlich auf die linke Maustasten gekommen. Ich steig's ab. Ja, nein, die Tür! Ich hab's einfach verlauter Euphrin wieder zugemacht. Das ist mir auch schon öfters so gegangen. War die Tür vorhin schon auf? Ja. 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 Ich hab's einfach verlaut. Ja. 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 Wo ist er? Harte Garte! Gute Party! So, wie schaut's aus bei ihm? Laptop, naja. Einen Router machst du wieder nicht. Das klang nicht gut. Das ist ein Hund im Apartment. Ich hecke jetzt ihren Router. Ah, der war noch zum Hecken. Ja, mach ich schon. Aktualisier die Datei. Es läuft gut. Eins erledigt. Noch zwei. Wie schaut's aus? Gut. Aus beide. Ja, ja. Ja, dann halt nicht. Ich will nicht so lange rumscheißen da. Ich will nicht so lange rumscheißen da. Das war der Weg. Das war der Weg. Das ist ein Schuss. Das war der Weg. Wie machst du das immer? Wenn wir ausschalten da? Draufschießen. Ja schau, ich hab da letztes Mal, glaube ich, drei Mal draufgeschossen und beim letzten Schuss ist es gegangen. Grim, verwandst du das Handy unseres Gastgebers? Mach' ich. Pass mal, da liegen die Einzelteile von den Tieren. Sieh'n erfüllt. Gartenknoten angezapft, jetzt nur noch einer. Gehen wir von außen auf, ja? Oder nein, innen wieder ist er. Ja, innen wieder. Ich seh' keiner mehr da, dass es ausschaut. Nein. Bereit, wenn du es bist. In Ordnung. Bereits. Ich bin auf der anderen Seite. Du bist durch die Tür glitscht. Ah, geil. Ja, super. Super. Komm schon, bring' wir's hinter uns. Das geht von der Seite, ey. Ah, jetzt wird wieder ausgeregt. Oh, weiter, komm. Jawohl, ich renne die Tür ein. Ich bin vor die Tür ein gerendet. Jetzt geht's ja was. Ja, servus. Ah, schwarf. Ah, so markieren war da auch nicht gut, gell. Wo ist der eine? Ah, da oben ist er. Oh. Was? Ich hab mich schon ausgehängt. Ja, okay, hab ich da. Bin ich schon. Ja, wieder so wie vorher, oder? Ja. Da fehlt noch einer, oder? Ja. 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 Mutti, gutti, zutti Mutti. So, wenn nix mehr geht, geht immer nur Josoletti. Ja, halber Econostein. ich bin wieso zerstört ihr so welche brauche m ich brauche einen rauch ui 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 die wurden zum ausdruck bringen das ausschalten machen macht den Mund zu wenn du mit mir redest auch nicht übersteuern der Geräte aus der jetzt kommt den eliminieren die Kunden eliminieren er ist rot markiert der steht ungünstig da unangenehm wenn er oben steht wieder jetzt auch ah wirst der ausdruck schweiz 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 ich bin schon wieder in dieses Wort die trug mit ihm auch zu lösen das taucht dann herauf und so weiter er wird das an der anderen das kann ich jetzt kann aussehen Was ist das? Was ist das? Schnell, schnell, schnell. Ich glaube, ich gehe mal ... Was war das jetzt? Kamera. Ich glaube, ich gehe mal in die Richtung. Nein, da ist keine Deckung. Okay, einer kommt. Boah, den Hund wutzelt es weg. Wenigstens liegt er hinter der Mauer. Ja. Hinter der Mauer, auf den Lauer! Okay. Jawohl, dann haben wir den auch. Kommst du da hin? Ja, geht aus. Jetzt. Es ist nur mehr der Sniper, oder? Ja, geh schnell um mich, geh schnell um mich. Schaut in die andere Richtung. Aufpassen, geh. Was ist denn? Ja, warte mal, ich probiere das Licht. Zum Ausschießen, das geht nicht. Ja, kreist halt da auf, ist mir auch wurscht. Ist der Sniper schon tot? Ja, ja. Sag halt was. Hauptkommunikationsleitung gefunden, zapfe sie an. Bin ich froh. Die Datenströme wurden erfolgreich angezapft. Als nächstes musst du da raus. Aha. Tschüss. Bleib leise und begib dich zur Exfiltration zum Dock. Ich sehe keiner mehr da. Verstanden, schon in Bewegung. Und jump da auf, oder? Und müssen wir überhaupt? Da runter müssen wir. Ja. Dann gehen wir mal da drüben dürfen. Ui. Komma da runter. So mehr herkommen. Kann man da nicht auslassen, oder was? Ach, gleich drüber! Ich muss das falsche drucken, hey. Sobald du bereit bist, hauen wir ab, Sam. Ah ja, ich mach so noch gemütlich da. Ah, Gott sei Dank. Wir sind am Abholpunkt, Grim. Verstanden, könnt abhauen, wir sehen uns an Bord. Ueda! Ach! Du hast 1.300 Punkte. Panthen? Aha. Es sollt. Bonus. Abschluss in unter... Abschluss in unter 80 Minuten, oder was? Schaut so aus. Ja, ich bin ganz vorne dabei beim Panther. Ja, ich auch. Verdienst gesamt 93.000, okay? Ja, man hat schon was gemacht, he? Mhm. Da habe ich mehr Punkte wie du. Mhm, na dann. Jetzt ist ja ein kurzes Teil vergangen, dann... Ah ja, genau. Absolut vergessen zu sagen, wir werden versuchen, eine flotte Dreierwoche durchzuziehen. Ja? Hat er mir das? Wulf 4. Das heißt, wir probieren drei Folgen, 15 bis 20 Minuten pro Tag rauszufotzen, sozusagen. Ja. Wir versuchen es zumindest. Also dann, das war die erste Folge, beziehungsweise die ersten drei oder vier Folgen oder fünf Folgen, je nachdem, von Splinter Cell Blacklist. Mit Outsider Gaming und zwar mit Bugs Spencer und Terence Fale, frisch von der Gamescom. Also bis zum nächsten Mal. Radios. Ciao, ciao. Ja, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. See you always.